Moin Moin und Herzlich Willkommen zurück zu Redguard. Wir quatschen noch mal ein bisschen weiter mit dem. Ja, denn er hat noch ein bisschen hier. Was für uns? Okay, better. You're in charge of this bell tower? Don't wanna be, but I'm stuck with it. Dan Brunell's fault leaves me stuck here while he sits up in the cool breeze and watches Hunded Bay roll by. Does he think I'd like to wave the flag once in a while? Stubborn as a mule he is and ungrateful to me. Okay, Brunell. Brunell, friend of yours. Friend? Ha! Blind as a bat he is, but will he ever let me wave the flag? No, don't stop me down there, he said. You fought off the chair, he said. Always some excuse. Now he's gone and broken the bell. Don't know why I put up with it. Okay, flag broken bell. I'm not sure I follow you. What flag do you mean? We're supposed to trade off. One of us watches for ships waves the flag when he sees one, then the other rings the bell to let people know. But he's never let me take my turn in the watchtower. Doesn't care about my feelings. Not at all. Okay, er und Brunell, oder Brunell, hängen zusammen die Quests. The bell doesn't look broken. Well, not broken exactly, but I'm sure it doesn't ring as loud as it used to. But Brunell wouldn't let me have Lakin look at it, would he? Insisted on doing it himself. Typical. Took him half the day, then had the nerve to tell me there's nothing wrong with it. Lakin? I'm not sure if I've met with him. Me neither. Now I think you know the other hand, the handiest young fellow I ever met. Can't fix anything. Hey! You look like a handy sort yourself. Maybe you could take a look at it for me. Ja, come. Sure, I'd be happy to. Good luck. Okay, can I do anything like that with the party? The bell tower? Okay, let's go through. I don't know what's happening here. How's it going now? Hmm. Oh. You're open! Quick! You're open! What's that now? Okay, wait a minute. I want to fight against him now. Come on! Come on! Can I... ... 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 muss mir jetzt auch noch auf den nerf gehen da ist noch einer wo ist rollo's haus oder wo ist rollo so kann ich jetzt schlürfen ohne angegriffen zu werden ja ja da kommen sie von wieder da haben wir die bücher hier noch eine dwelling nein hör auf Das hier auf dem Dorn. Ja komm, einfach voll machen alles. Gesundheit. So, noch mal. Ah, da kommen wir jetzt schon wieder. Andauer nur auf der Flucht hier, ey. So. Komm, einwand geht noch, ohne angegriffen zu werden, oder? Kann ich hier? Was passiert hier drüber? Ah, da kommt auch... Ne, doch nicht. Komm, wir machen einen Eimer jetzt voll. Die kommen hier nicht hin, okay. So, wieder auf das Schwert. Obwohl, wir können die eigentlich hier bekämpfen, weil wir jetzt eh Gesundheit wieder voll machen können. So, komm. Da bist du ja. So. Wir können mit dem Wasser voll machen und die auch immer wieder auffüllen. so. Komm. So. 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 So und noch mal. Ich glaube, hier kommen die echt schlecht rein. Refreshing. 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 Das sind mir echt zu viele von denen gerade. Wo ist denn der hin? Nicht, dass der jetzt auch noch hier reinkommt. So, geht jetzt gleich... Refreshing. Ja, geht jetzt gleich sehr, sehr kritisch hier. 75 haben wir. Drei Viertel unseres Lebens. Beide noch. Refreshing. So, dann machen wir den da mal kaputt. Ja, du auch. Ich bin schnell. Ich bin schnell. Okay, ich kann jetzt hier ran und ich komme jetzt auch nicht. Ich bin schnell. Ich bin schnell. Okay, ich bin schnell. Okay, ich bin schnell. Ich bin schnell. Ich bin schnell. Ah, geil. Den kann ich auch noch lupen. Am besten wäre, wenn wir wirklich die alle... Ah, geil. So, wo haben wir die nächsten Jutes? Da kommt schon der nächste. Die nächsten zwei. Äh, lieber ein bisschen rennen. Ich habe diesen, Rebel. Ich werde deine noch nicht rennen. Ich glaube, es macht gar keinen Sinn. Die spawnen eh immer wieder nach. So, aber ich will jetzt einmal hier gucken. Pranel sagt, sie hat die Ressler-Lied-Fugel-Smuggler-Den-Beneve-Michael's-Shop. Aber dann muss ich ein Passwort bekommen. Pranel sagt, ein Fellow in der Watchtower, Pranel, waves a flag, wenn ein Schiff arrives. Signale Fabius zu ringen die Bellen. Fabius complains, dass Pranel never lässt Fabius have a turn waving the flag. Pranel sagt, die Bellen ist broken, Or it doesn't ring as loud as it's used to. This eyepiece is very bad and he really wants the eyepiece. Okay, wo muss ich jetzt aber hier suchen gehen? Aus dem Weg. Was ist der Glockenturm? Okay. Ich sage jetzt mal Glockenturm dazu. Hier auch, Inter-Dwelling. Also das. Quack. Hier ist Boo. Ich denke schon, dass die jetzt zusammenhängen. Mit Lapin auf. So, wenn wir jetzt hier reingehen und nochmal nach oben gehen. Boah, ich gucke die Nase die ganze Zeit und mich hier vorne auf. Sie muss am Wetter liegen auf. So, jetzt sind wir hier. Und gehen nochmal hoch zu Pranel. Ja, komm, geh jetzt hoch, Cyrus. Und sonst habe ich keine Ahnung, was ich hier jetzt eigentlich machen soll. So. Gehen wir hier auch nochmal rein. So. So, der hat ja eine Flagge, die geerst werden soll. Talk to Pranel. Hallo Pranel. Eh? Stop mumbling and speak up, sonny! Favis. Favis is a friend of yours? Ha! He'd like to think so. Damn nuisance is what he is. Always whining about having to ring the bell. Just yesterday, he had me down there complaining it was broken. It don't ring as loud as it used to, Pranel. Sure, Paul Goldschuh's death is a post. That's the only problem. Why does fathers ring the bell? Why does fathers ring the bell? To let everyone know the ship's here, of course. What do you think? I just shout out across the rooftops. When I see a ship, I go out on the walkway and wave my flag, so Favis knows to ring the bell. There's nothing quite as satisfying as that. But where is Rollo? Better make you feel like a god, waving that flag and listening to the bell ring out over the whole town. A pity, I can't let you try it, but we don't get too many ships in port these days. Thanks, Pranel. Okay, I'm going to talk with the other Hütter again. Now we're not going through here. So. Ja, die wachen da unten wieder. Alle am nerven. So, jetzt, wo ist die Treppe? Da. Aber wo finden wir eigentlich Rollos aus? Beziehungsweise, was haben wir jetzt hier alles im Inventar? Dwarven Lore, Elven Arterpacks, Redguard History. Was macht das denn eigentlich? Ich kann es nicht so selbst benutzen. Was muss ich denn damit machen? Fokus Firmament, Island Map. Ja, bleiben wir dann doch erst mal beim Säbel. Er hat jetzt gehofft gehabt, dass wir jetzt irgendwas hätten, womit wir vielleicht doch weiterkommen. So, und... Äh, nichts runterfallen. Okay, hier. Keine gute Idee. Da ist er. Boah, die Wache nervt. Die nervt richtig. Aber wo ist denn Rollos Haus? Da, Enter Dwelling. Dann hier, Welt Tower. Lockenturm. Gehen wir nochmal da rein. Quatschen wir nochmal mit dem Dude. So, und... So, und... Oh. Hm, nichts falsch mit dieser Belle. Nur die alten Manns Ere brauchen sie zu fixen. Da haben wir was. Da liegt was. Was ist das? Glas, mein Uncle. Ah! Okay, geil. Wir haben was gefunden. Äh, genau. Ne, nicht da oben, nach unten. Okay, dann gehen wir jetzt... Vielleicht ist das hier das, äh, was hier, äh, Brunel haben will. Boah, bringen wir ihm das jetzt mal. Gucken. Vielleicht ist er das. So, es war auch an der ganzen... An der ganzen Wachen irgendwie vorbei. Ich bin doch kein Pirat. Beziehungsweise ihr macht mich gleich zu einem. Eure wegen werde ich noch zum Piraten. Surrender jetzt! Krater! So, jetzt rein. Und ich hoffe, das Spiel schmiert nicht ab. Vielleicht müsste ich jetzt einmal nochmal speichern. Ein Save-Game machen. Nur um sicher zu gehen. So. Genau, hier ist Save. So, und nach oben. Das sah aber auf jeden Fall wirklich nachts etwas aus, was hier Brunel vielleicht gebrauchen könnte. So. Hm. Krater! Was für Krater! So, ein Moment. Ich werde gerade angerufen. Dann bis gleich. Und wir wollten jetzt hier mit dem Dude hier quatschen. Wir haben ja einen Monokel gefunden. Jetzt ist die Frage, was machen wir. Jetzt. Jetzt bin ich. Ach! Jetzt bin ich. Wir haben glücklich, Bein. Wie kann ich immer danken, Syrisch, mein Junge? Ich weiß. Ich werde dich schrauben die Flagge. Es wird unser kleines Geheim. Geh, mach es. Mach es. Mach es. Eine Möglichkeit wie diese, nicht alle Tag kommen. Okay, ja. Ah ok, konnten wir jetzt mitnehmen. So gut, dann gehen wir mal hier raus. Ok, steht da, in der Mitte, rechts vom Cloudress. Ok, das heißt, wir können jetzt... können wir damit jetzt zu... nee, wir müssen jetzt irgendwie irgendwas finden. Das Medaillon müssen wir ja noch finden. So, gehen wir jetzt mal runter. So, und hier. Akos, Karas, Yul? Ist das Jugodan, die Insel? Samara? Kevala? Ich bin schnell! Ich bin schnell! Und hier irgendwo, gleich eine dieser Häuser... Ist das hier das? Ich muss doch irgendwo noch mehr Eingangリuchen. Das hier ist auf jeden Fall kein Eingang. oder das hier jetzt erst mal weg von denen wir müssten einmal alle ausprobieren hier ah hier enter dwelling dann ist das hier wahrscheinlich enter dwelling heißt also ein haus betreten wir sind das top 2 could i have a word with you what do you want can't you see i'm busy Zara do you know a woman named Zara Zara scrawny little thing chicken legs no hips yeah i know her used to come by pestering me all the time you know how women are not my type though rollo likes them large watch your tongue watch your tongue that's my sister you're talking about oh big brother's a tough guy her top and get pretty high aren't you coming in here and i'm talking that way i haven't seen her in months anyway ok leave what do you know of the restless league bunch of idiots you ask me you can't fight the empire they'll learn though how are things in town with the imperials in charge what do i look like the town crier same old same old as far as rollo's concerned politics is for supper i got a sweet deal with garrick no need for me to worry about who's sitting in the palace do you know anything about the smuggler's den under the cartographer shop maybe i've heard of it yeah i've seen some guys hanging around there supposedly in the restless league but it's all talk they never do anything you can't get in there without a password anyway so you may as well forget about it ok i know you've been in the smugglers den rollo tell me the password and i'll leave you alone you got the wrong guy i don't know nothing about no password i was just telling you what i'd heard you're a bad liar tell me the password or else or else what you'll kill me i ain't armed and i know you old-time redguard type so go in for that you don't scare me ok lakine lakine tells me you have his wife's silver locket any chance i could get it back i'm tired of listening to you beat it what sort of deal do you have with garrick i don't know anything about that boah der ist aber ein arsch it's always a pleasure rollo don't let the sun hit you on the way out talk to rollo hat er dich hier irgendwo rumliegen what you want er sitzt hier auf natur dann ist er da wahrscheinlich drin soo ok was machen wir dann vielleicht quatschen wir nochmal mit lakine beziehungsweise von denen erstmal irgendwie abhauen hier lakine hier lakine 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 warte mal ja jo was ist mit dem ich habe jetzt aber auch nichts zum heilen man ok da müssen wir jetzt erstmal gehen beziehungsweise warte wir können das eine ding hier wieder voll machen dann gehe ich mal von aus so und wieder auf jetzt ist voll und nein nein und wir haben hier erst das letzte mal gespeichert verdammt hm was haben wir jetzt jetzt haben wir das eine ding noch ja ok das haben wir noch boah ging die mir jetzt auf den nerv aber wir wissen jetzt wo rollo ist wir wissen jetzt wo rollo ist wir geben jetzt pränell sein ding da wieder sein sein augenglas da sein monocle so und jetzt da noch mal rein boah war das jetzt aber mies von dem einen dude die wachen geben mir ein so rät die auf den nerv so ja cyrus jetzt geht ran vorbei so pränell 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 i found your eye piece here you go so ich kann ja gar nicht überspringen hier i know i'll let you wave the flag it'll be our little secret go on take it take it an opportunity like this don't come along every day all right i think i'll take you up on that that's the spirit you'll soon see what i'm talking about nothing like it i'm telling so dann haben wir die flagge ich will jetzt aber mal was mit der flagge ausprobieren wenn wir jetzt hier raus gehen so probieren wir mal was aus so hm können wir das benutzen wenn wir jetzt ich mach jetzt vielleicht erstmal ein save game so gespeichert so hoch haben wir das und rustic key hier flag und wenn wir den jetzt so ah ok so dann gehen wir mal da durch dann wieder ganz normal runter ich hoffe das hat jetzt irgendwas mit rollo gemacht nein cyrus nutzt die tür nicht das schwert mir juckt auch alles im gesicht gerade mir juckt auch alles im gesicht gerade ich schwitze hier auch alles voll ey das wetter ist echt viel zu warm nein nicht da runter nein ok das haben wir überlebt und jetzt gehen wir nochmal zu rollo und jetzt gehen wir nochmal zu rollo und da kommen schon wieder die nächsten basse die müssen einen aber auch immer auf den sack gehen ok gehen wir jetzt hier mal rein ich will nicht quatschen nein ich will durch die tür ich gebe nochmal eine runde drum herum und jetzt ok so ich hoffe das bringen wir es oh der ist auf jeden Fall nicht da ok also hat es so etwas gebracht was ist das Silberlacket aha und was ist das andere einfach nur eine Flasche einfach nur eine Flasche boah dann können wir jetzt dann zu lakken wir haben das boah rollo ist aber ein echter Arsch richtiges Arschloch wenn man ehrlich ist so jetzt schnell weg ich bin schnell ich bin schnell eine Hand hier ein erstmal aber von der Wasser weg Eine Schraube, dann überrasch' nicht! Komm schon! Bleib bitte da irgendwo hängen, ja? Wo ist jetzt Lactine? Ach nein! Ich muss sie weglocken! Ich muss sie weglocken! So... Dann gehen wir mal hier hin. Und hoffen, die bleiben nicht hier irgendwo hängen. Also echt, das mit den Wachen, das nervt. So... Wattwa... Hier ist Strength Potion. Nehmen wir mal einen. Dann halten wir es zumindest ein bisschen länger durch, wenn die auf uns drauf schauen. So... So... Ja, komm! Jetzt! Äh... Äh... Geblocket? Äh... Äh... Geblocket? Wir gucken mal in der nächsten Folge weiter. Vielen Glück, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Leos und... Ciao! Ja, wir sind's, da! Ja, wir sind's, da! Ja, wir sind's. Na, wir sind's, da! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020